Jetzt auf Lilliput TV. Ein Mann, der von vielen als Staatsfeind Nummer 1 bezeichnet wird. Erhält die größte Auszeichnung in der Geschichte Laufens. Den Original-Bester-Papa-Oscar. Musik Ich wissen Bescheid. Großverdientes Mitglied dieser Gesellschaft. Okay, dann zuerst machen wir. Gibt es einen Preis. Also, als Erinnerung. Weil sie sich immer so gut für die Gemeinde einsetzen. Für die Gemeinde setze ich mich gar nicht ein. Doch schon zu Beginn der Dreharbeiten wird klar, dieser modische Warnwestenträger hat einiges auf dem Kehrpols. Ich rieche mal ein bisschen, mein Eltern lebt ein bisschen schwein. Wie darf man sagen, für die Polizisten läuft noch. Für die Gemeinde setze ich mich gar nicht ein. Doch, natürlich. Was ist denn los? Ich setze mich für ältere Leute ein. Ja, das ist ja auch schon mal fein. Das machen ja auch nicht viele. Ich habe so viele alte Leute hier rundherum nicht einkaufen fahren. Deshalb habe ich ja meine Kinderanhänger. Ja, aber das finde ich ja auch gut. Weil es gibt ja viele, die scheißen auf ihre Mitmenschen. Und dann gibt es ja doch einige gute Beispiele, wie Sie, die tatkräftig gegen das Übel der Welt kämpfen. Als kleine Anerkennung, als Erinnerung, dass Sie nie aufgeben, an Sie zu glauben, auch wenn es mal schwierig ist. Auch wenn man mal Ärger hat im Leben, einfach mal, tschacke, ich schaff das. Hier, bitteschön. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Danke.